filmst du schon krass okay pass auf ich hab's jetzt glaube ich es ist noch eine lose idee in meinem kopf also im gegensatz zum imperium aus der klassischen trilogie ist die first order in star wars episode 7 ja noch nicht allmächtig und total überlegen gegenüber den rebellen sucht die tabellen gibt es auch gar nicht mehr ergo braucht die first order jede menge durchhaltevermögen und was braucht man für jede menge durchhaltevermögen kaffee und diesen kaffee muss man auch der muss auch mobil sein muss man mitnehmen können und dafür braucht man ein thermosbecher und damit er zur first order passt nehmen wir den hier mit dem stormtrooper drauf vorne und hinten dem symbol von der first order und wenn ihr den gewinnen wollt und abgehackte sätze mögt dann klickt ihr euch auf unsere gewinnspielseite viel erfolg gut war gar nicht schlecht ist das wirklich an ja tatsache